Und ja, mehr können wir für Sie auch nicht tun. Gut, also wollen Sie auf freien Fuß bleiben? Gut. Ja, ich bedanke mich für die ganzen Informationen, aber die Bank ist komplett clean und wir haben auf dem Radar vom Helikopter keinerlei Annäherung gehabt. Will da trotzdem noch reinfahren. Ja, dann kommt sie in den Check durch, gerne. Ja gut, Herr Leonardo, aber... Ich glaube, die Toiletten sauber sind. Okay. Wer ist denn die Lücke im Polizeirevier? Ich kann es nicht sehen. Schiff die Waus. Herr Leonardo, ich habe mal eine Frage. Spuckt es hier oder haben Sie gerade die zweite Tür aufgemacht, da vorne? Im Hauptquartier. Weil ich sehe hier keinen und die Tür ist gerade hinter Ihnen aufgegangen. Mysteriös. Okay, gut. Okay, gut. Ja, dann spuckt es wohl, also... Ja, Herr Leonardo, ich bedanke mich für Ihre gute Kooperation und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Tot. Auf Wiedersehen. Wir haben einen Maulwurf. Herr Mirko, dürfen wir ganz kurz um die Bank mal rumfahren und checken. Ja, macht. Der ist unterwegs, das geht als Kopf ja gerade gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Der kommt noch kein Kopf. Ich kann halt nicht so gut fahren, kennst mich schon. Lässt du mich aussteigen? Wieso das? Ich will noch einmal im Bankraum gucken. Hast du eine Befekte dazu vielleicht dabei? Nein. Ich bin jetzt dabei, das ist vielleicht aber auch sehr unwahrscheinlich. Schön, ich bin verletzt, wunderbar. Warte, ich helfe dich mal fix. Ja, warte, vielleicht geht's. Helfe, du mich auch mal bitte. Mirko, kannst du uns auch mal abholen? Oder Bank? Wohin wollt ihr denn? Marktplatz. Ich mach gerade Jonas Mui mal drauf auf die Pfanne, siehst du. Okay, Raum ist sauber. Wenn im Aussehen... Splinter, hallo! Bei mir ist das nur um Spacken, ne? Ich kann nicht mal mehr welche fesseln. STRG R ist doch fesseln, oder? SHIFT R. Nein, SHIFT R. SHIFT R. Daran liegt's okay. Herr Nils, kann ich nur irgendwie weiterhelfen? Nein! Jetzt ausgerechnet kommt ne Fehlermeldung von Windows, Alter. Ich kotze ab. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ausgerechnet immer bei sowas, Alter. Deswegen fliege ich kein Heli mehr. Leute, wer von euch hatte 10 Dietriche dabei? Ich. Der Kalle. Ich hab die aufgenommen. Möko, wir sind Quid, ja. Wegen Westin. Ja, weil ich es vorher... Okay, ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Lecker Donuts. Hallo, darf ich mal reden, danke. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen, nachdem wir gestorben sind. Ähm, wir lenken die Bullen jetzt ab, aber die Bank ist sowieso jetzt clean. Die sind gerade gestorben, viel Spaß, Ausrufezeichen. Ja, ich bin noch da, geil. Ich rotz die dann weg. Das hätte ja nicht wieder 15 Minuten zu tun, das war ja... Ja, wir spawnen jetzt in Pyrgos, alle in Pyrgos spawnen und wir verbleiben da. Und ich bin ja noch hier und lebe ja noch. Wer hat denn dir das geschrieben? Sag ich nicht, das ist mein Informant. Das war auf keinen Fall Leonardo. Ähm, darf ich direkt auf die schießen, wenn die da mit nem Heli ankommen, oder? Warte, bis sie irgendwas machen. Ja, ich berichte euch einfach. Wir müssten die Bank ausrufen lassen und dann, äh, einfach das Geld aufnehmen. Das geht nicht. Oder direkt beschlagnahmt. Ich hör mal nach Wasser, was da vorne rum lag. Gils, wenn sie nichts von uns wollen, verlassen sie dieses Gebiet. Ja, sorry, tut mir leid, what the fuck. Nein, es ist immer schneller wieder da. Alex, bleib du da weiter in der Position, aber tut mir leid, ey. Im Moment bist du nicht gestorben. Ich hab mir jetzt hier schön Essen gegönnt von euch. Ich hatte Speck dabei. Ja, ich hab jetzt 3 Speck, 5 Donuts, 14 Wasserflaschen. Ich, ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte 800 Euro. Wer ist eigentlich AFA Juggernaut? Ähm, dann könnte ich schon, ja. Warte mal. Benutzt ihr eure Clan Base eigentlich? Äh, eigentlich ist... Wir können auch nicht da spawnen. Wir können ja nicht spawnen irgendwie. Also habt ihr da Häuser? Ne, aber normalerweise soll es so sein, dass du in der Clan Base spawnen kannst und im Moment ist da eh ein bisschen alles verpackt, weil zum Beispiel der Heli, äh, die Heli-Garage, der Typ, der steht, äh, 100 Meter irgendwo oben in der Luft. Wo ist denn der Juggernaut? What the fuck? Wie ist denn der? Ja, der ist wieder weg. Oh, schade. Hätte mir gerne mal Hallo gesagt. Der spielt allein mit mir nochmal drinnen. Boah, Mirko, alter. Dieser Tobias, den du rausgeschmissen hast, und Nils, die trollen hier nur rum. Ich hab kein Tobias rausgeschmissen. Ich hab nix gemacht. Ich hab ihm nix zu tun. Nein, nein, Loki hat, glaub ich, Tobias rausgeschmissen, der trollt nur rum hier. Ne, da soll man mit Loki sprechen, weil ich war vorhin auch, äh, nicht copdingig. Nein, den hat er offiziell rausgeschmissen. Achso. Ja, und jetzt, jetzt bimmelt der rum, nur weil wir Polizisten inkompetent sind oder sowas. Tobias? Tobias? Ist das dieser Dings mit der Antenne eben? Ne, das ist Tobias. Achso. Also das ist Tobias. Der Bauer. Ist er? Tobias, du kennst auch Tobias, Sven. Ja, ich kann mich immer ganz schlecht an Leute erinnern, die mir nix gebracht haben. Oh, Sven. Mann. Was denn? Warte mal. Für den Verbandskasten. Hab ich dir nicht irgendwie was geklaut? Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt dein kleiner Mirko. Auf der Mauer, auf der Mauer. Wir müssen das besser machen. Herr Nils, ich hab satt, dass Sie hier da und immer noch mal im Autoram spielen. Haben Sie irgendein Problem, können wir Ihnen irgendwie helfen? Okay, Spiel. Auf der Mauer, auf der Mauer. Ich fühl mich hier bedrängt von Ihnen, deswegen bitte ich Sie ein letztes Mal, verlassen Sie das Gebiet um dieses Auto herum, sonst werde ich Sie verhaftet und ins Gefängnis stecken. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner Mirko. Auf der Mauer, auf der Mauer. Und jetzt kommt gleich, äh, ähm, oh, ich weiß nicht mehr raus. Ja, mein Ziel. Der Kalle ist so ein ludgeiles Schwein. Ja, ich schlug die Gange. Oh, ey, Mirko oder irgend der Höchstrangige kann mal da zu dir, Tobias in Tess kommen und sagen, der soll aufhören, inkompetente Bullen rumzuschreiten, ey. Nur weil er rausgeschaut hat. Sag ich ihn nur selber. Habe ich, aber er hat mich gemutet. Darf er nicht. Genau so weißt du, ich könne dich mehr muten. Man darf keine Polizisten muten. So kann so, so hörst du dich jemanden wie doppelt. Als kann jemand mehr Windows drücken, ey. Das Problem ist, Kalle, ich mach das auch, aber du bist ja so clever und mutest dich dann noch im TS und deshalb, äh, lass ich sein. Ja, aber... Nicht jetzt. Ja, tut mir leid. Pardon. Wissen Sie, was mit den alten Leuten passiert ist, wenn man sich an die Wand gestellt hat? Ey, ich bin da, ich hab ne Dick. Äh, nimm mal Tobias, ich hab ne... Ja, Sven, äh... Ja. Äh... Ja. 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 Ich bin ein Geschmack. Ich bin nicht nur irgendein Geschmack. Ich bin der Geschmack. Mirko? Ja? Bitte um Erlaubnis aufs Bankge- äh, aufs, äh, aufs, äh, Polizeiherkot zu gehen, um Ausschau zu halten. Negativ. Aber mit dem Strafzettel wegen Beamtbeleidigung können Sie jetzt mal drüber nachdenken, was Sie falsch gemacht haben. Danke. Danke. Akte Police. Nimm dir halt Erste-Hilfe-Kersten. Ja, die hellen nur bis 5.17 Uhr. Na egal, sie hellen zu uns. Was kommt? Jetzt lass mal so ne Minute da stehen. Wenn sie mal, dann müssen wir ein bisschen hinbekommen. Komm gleich wieder. Warte mal, kann der Herr... Ich penne hier schon ein, Alter. Nein Splinter! Nein Splinter! Nein, 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 nein. Warte. Ich bin ein Troller auf den Keks, ey. Sonst sind sie jetzt wieder ein bisschen gerückt. Warte mal ganz kurz. Ja, das hängt vom Fernsehanschluss raus ins Freie, das heißt man muss das Freie Ende nehmen. Ist Murko noch da? Der ist AFK. Und wir gammeln jetzt hier rum, oder was? Ach du bist immer noch da, oder was? Ja. Schon seit Ewigkeiten lieg ich hier rum. Hey Sven, kannst du mir mal ein Gefallen tun? Nee. Können wir ganz kurz rum? Bist du erst mal hängen? Komm wieder hoch. Komm ich halt hoch. Was willst du denn? Jason? Ok, ich hab grad die Information bekommen, hier sind zwei oder drei Leute, oder vier Leute, wenn überhaupt, auf dem Weg zum HQ, um uns zu überfallen. Hier das HQ? Ja, das HQ. Wo soll ich hin, dass ich schießen kann? Bleib da. Ich werde sein, dass wir uns ablenken wollen. Ja, hier ist Bromäne, hier ist Bromäne. Auf jeden Fall. Wollen wir täsern oder töten? Täsern. Ja, auf der Straße? Herr Bromäne, haben sie noch Freunde oder so? Nein, ich hab keine. Alter. Jetzt geht's echt zu weit, ey. Westlich an der Mauer läuft einer lang. Rundher, komm mal runter. Westlich. Wir stören dich nicht. Ist echt langweilig hier hinten. Ja, dann komm rüber. Einer muss, äh, Kalle? Ja, warte, 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 ich bin gerade. Du möchtest. Er hat eine Raffung dabei. Ist mir egal. Herr Bromäne, was machen sie hier? Da auf der Seite, wo du bist, ist einer oder wie ich bin. Nein, einer westlich. Bei der Mauer da. Ja, ich geh ja gerade auf dich. Westlich ist doch da. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin in deinem Haus jetzt ja. Ach so. Also einer rollt rechts von mir. Nichts. Ich muss mal ganz kurz was erledigen, wenn ich gleich wieder da bin. Ich heiße jetzt mal mit Energydrink um die Küste hier rum. Entziehst du den noch? Nein. Kalle. Ja. Warte mal. In der Mauer, wo ich auch jetzt die Binde bin, ist ja doch. Da ist westlich. Wo ist denn Westen, Kalle? Ja, auf dem Kompass ist... Ach, da hinten ist Westen. Bleib mal aber noch stehen. Bleib mal stehen einfach. Ja, das ist aber total gefährlich. Was? So, noch 1,7 Kilometer. Was? Sven, wo hast du ihn gesehen? Jetzt sehe ich gar keine mehr. Noko hat deine Waffe? Was? Mit deiner Waffe? Liegt noch da. Ja. Sven, wo ist er? Alex, Augen zu. Du siehst jetzt nichts. Warte mal, der Leonardo ist hier oben. Der hier? Ja. Ja, lass den Leonardo. Verzeihung. Verzeihung. Nein, kriegen Sie nicht. Entfernen Sie sich jetzt. Sofort. Ich kriege den nicht wieder. Ja? Waffe ins Auto empfangen. Entfernen Sie sich jetzt, verdammt. Das darfst du nicht haben. Tut mir leid. Also Leonardo, es wäre ja schon 10 mal tot. Ich bin echt ein guter Polizist. Ist das Auto offen? Aber das wäre auch wegen Ivar das, ne? Ne, Ivar das immer ein Tor. Wo ist denn das andere immer ein Tor drin? Warte mal, danke ich. Ja, du musst jetzt hier ins Auto. Ja, komm. Wer ist gerade alles in Kavala? Wartet mal bitte. Ich und Splinter. Gut. Da. Alter. Ich sag gerade, Leonardo, ich bin ein richtig guter Polizist. Sie liegen hier auf dem Dach rum und ich bemerke sie nicht mal. Krass, Alter. Ich wäre ja tot gewesen. Ja, komm du da auch mit hoch. Ja, ich komm auch hoch. Was macht denn der jetzt da oben? Äh, Kalla, was hast du für ne Waffe? MK8 zum Teser und Behandcorder. Ja, guck, guck mal. Ich lauf die ganze Zeit auf dem Dach rum und jetzt geh ich hier hinten rum, da liegt er hier hinten. Haha. Guck, guck. Guck, guck, guck. Was ist da oben jetzt? Äh, glücklich. Witzig. Aber wir sind auf jeden Fall ne Andere. Ich steig sie auf zu. Jo, hab ein. Wo? Markiere. Da ist einer, aber nicht töten. Na, versuchst du Tesern. Ja. Ja, okay, warte, ich geh da hin. Hilf dir, was hast du für ne Waffe? Geh du auch mit, du hast ne MK18. Alex und ich, wir haben, äh, Snipern. Wo soll einer sein denn? Da, hab ich markiert auf der Karte. Da hab ich markiert auf der Karte. Herr Leonardo, machen Sie den Kopf runter, da vorne läuft einer rum. Halten Sie sich unten. Wie bitte? Halten Sie sich unten, da vorne läuft einer rum. Ich weiß nicht, was er vor hat. Bleiben Sie unten. Ja, ich halte mich unten. Hazern oder schießen? Hazern. Also ich seh da niemanden, ne? Ja, da war grad einer. Da unten ist er. Der rennt weiter runter zur Leitplanke an die Küste. Rennt jetzt nach links. Richtung Bank. Rennt jetzt nach links. Alles an der Küste. Ja. Ist jetzt da hinterm Waldgebiet verschwunden. Okay, hab noch welche. Wir sind aber am, äh, da. Äh, am Polizeitrainingsgelände. Wir hatten nur durch Zufall gefunden. Ab da. Habt ihr sie gesehen? Wo? Also wir können, ah ne. Kalle Asten? Ne. Ich geh jetzt dahin, wo der Mirko den gesehen hat. Da ist keine Söhne. Ja. Alex, hast du gesagt, er ist Richtung, ähm, Trainingsgelände gelaufen. Links an der Küste lang, ja. Ja, ich hab ihn, äh, markiert. Circa. Vielleicht kann ich mir gar nicht gleich offen sehen. Darf ich ein Fahrzeug rausholen? Wer schießt? Ich bin Troy. Ich bin Troy. Ich bin Troy. Ich muss das Nemach. Ich bin Troy. Wo ist er. Ich bin Troy.